Liebe Astrofans, am 11. August um kurz nach halb eins, da können Sie was am Himmel erleben, ein Event, für den Sie keine Eintrittskarten brauchen. Nicht drei Tenöre stellen sich irgendwo hin und schmettern ihre Arien, sondern drei Himmelskörper werden in einer Linie stehen und werden sie in Mitteleuropa für ungefähr zwei Minuten, ein bisschen länger, in ein grandioses Schauspiel hineintauchen lassen. Eine totale Sonnenfinsternis. Deswegen soll die Frage heute sein, was ist eine Sonnenfinsternis, was passiert am Himmel, wenn sich die Sonne verfinstert? Nun, es ist das Wechselspiel von drei Himmelskörpern. Der Erde, auf der wir stehen, dem Mond als dem Verdunkler und der Sonne als der Verdunkelten. Wir haben das unglaubliche Glück, dass die Mondscheibe, obwohl sie 400 Mal kleiner ist als die Sonnenscheibe, uns aber 400 Mal näher steht als die Sonne. Und auf diese Art und Weise wird dann am 11. August, so um fünf nach halb eins Uhr mittags, wird die Sonne total verdunkelt werden am Himmel. Was wir dann sehen werden, ist eine große, schwarze Scheibe, die von einem hell erleuchteten Ring umgeben sein wird. Und dieser hell erleuchtete Ring, wie Sie es auf dem Bild gesehen haben, ist die Sonnencorona, das lateinische Wort für Krone. Die Sonne ist also umgeben von einem hellen Strahlenkranz, den man mit bloßem Auge nie sehen kann, weil dieses Gas in der Corona sehr dünn ist. Die Sonne selber ist ja im Wesentlichen ein Gasball, sie hat keine wirkliche feste Oberfläche, sondern das Gas wird nach außen hin einfach immer dünner. Und die Sonnencorona ist sogar der Platz, in dem der Sonnenwind geblasen wird, der sich fast bis zum nächsten Stern erstreckt. Die Sonne bläst also einen Wind mit 600 Kilometer pro Sekunde, der sich fast bis zum nächsten Stern erstreckt und der eine große Schutzhülle um das Sonnensystem darstellt. Diese Corona kann man nur sehen bei einer totalen Sonnenfinsternis. Ansonsten, die Astronomen können natürlich die Scheibe künstlich abdecken und sind so in der Lage, auch außerhalb von Sonnenfinsternissen die Corona zu untersuchen. Und sie haben dabei etwas herausgefunden, was einen schon sehr irritiert. Die Corona ist sehr heiß. Sie hat eine Temperatur von einer Million bis zehn Millionen Grad. Und das ist deswegen verwunderlich, weil die Sonnenoberfläche, also den Rand der Sonne, den wir eigentlich sehen, wenn die Sonne nicht verfinstert ist, weil wir können ja nicht in die Sonne hineinschauen, sondern wir können immer nur die Oberfläche sehen, wo das Gas so dünn wird, dass die Photonen, die Lichtteilchen, die Lichtquanten wirklich zu uns kommen können. Diese Oberfläche hat nur eine Temperatur von 6000 Grad. Das muss einen doch sehr verwundern. Also stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in die Küche, Ihr Herd ist abgeschaltet und über der Herdplatte fängt die Luft zu flimmern an. Ohne jeden Grund. Scheinbar. Denn ein Wärmebad von 6000 Grad kann eigentlich kein Gas auf eine Million Grad erzeugen. Und so hat die Sonnenfinsternis, die totale Sonnenfinsternis, die haben uns in den letzten Jahrzehnten zu einer Frage gebracht, die man nicht so ohne weiteres beantworten kann. Denn nach allem, was wir sehen können, ist es nicht möglich, dass diese Corona, die so groß ausgedehnt ist, wirklich so heiß sein kann. Und des Rätsels Lösung ist, wie bei vielen Phänomenen auf der Sonne, das Magnetfeld. Das Magnetfeld trägt Energie in die Corona und dadurch wird sie sehr heiß, wird sie aufgebläht. Und wir werden deswegen am 11. August, da die Sonne zurzeit in einer magnetisch aktiven Phase ist, eine sehr groß ausgedehnte Corona sehen, die die Sonne insgesamt als großen Strahlenkranz umgarnen wird. Und nicht wie in einem Zustand der Sonnenminimums, wenn also die Sonne in einem magnetischen Minimum ist, dann ist die Corona nur auf eine Scheibe begrenzt. Aber im August erwarten wir eine totale Sonnenfinsternis, wo der Mond wirklich die gesamte Sonnenscheibe überdeckt, umgeben von einer großen, strahlenden, ringförmigen Corona. Es gibt noch andere Möglichkeiten für den Mond, die Sonne zu überdecken, sozusagen. Das hat damit zu tun, dass der Mond A in der Erdbahn, nicht exakt in der Erdbahn liegt, sondern um 5 Grad geneigt ist. Wenn der Mond direkt in der Erdbahn läge, hätten wir jeden Monat eine Mondfinsternis und eine Sonnenfinsternis. Aber er ist ein bisschen geneigt und da die Mondumlaufbahn um die Erde elliptisch ist, das heißt er ist mal ein bisschen näher und mal ein bisschen weiter entfernt, ändert sich auch seine relative Größe am Himmel, seine scheinbare Größe am Himmel. Und da die Erdbahn um die Sonne auch nicht kreisförmig ist, sondern die Erde ist auch mal etwas näher und etwas weiter von der Sonne entfernt, gibt es also verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel Ringfinsternisse, wo der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe überdeckt und dann bleibt ein strahlender Ring übrig. Aber im August werden wir eine totale erleben. Nun, was sieht man tatsächlich bei einer Sonnenfinsternis, so wie wir sie im August erleben werden. Bei einer totalen Sonnenfinsternis, wie sie im August auftauchen wird, gibt es genau vier wesentliche Kontaktstellen. Es gibt den ersten Kontakt, das ist genau der Moment, in dem die Mondscheibe zum allerersten Mal von der Mondscheibe getroffen wird. Sie sehen das hier an der Reihenfolge der Bilder, von links nach rechts, wie der Mond ganz langsam über die Sonnenscheibe drüber läuft, aber nur scheinbar langsam, denn sein Mondschatten, wie wir ihn hier auf der Erde messen können, bewegt sich mit 1600 Kilometer pro Stunde. Und welche Auswirkungen das auf die Beobachter von Sonnenfinsternissen hat, dazu komme ich noch. Was Sie hier auf diesen Bildern sehen können, ist vor allen Dingen, dass an einem ganz bestimmten Moment, nämlich im zweiten Kontakt, das ist der Moment, in dem die Mondscheibe die gesamte Sonnenscheibe zum ersten Mal voll überdeckt, da erscheinen am Rand der Mondscheibe die sogenannten Bailey-Perlen. Das sind also, das ist das letzte Sonnenlicht, was gerade noch durch die Mondkrater, durch die Mondoberfläche sozusagen abgeschwächt doch zu sehen ist. Und dann kommt es in der Mitte dieser Bilder wunderbar zu sehen, zu der Totalität, das System ist völlig überdeckt, danach wandert der Mond natürlich von der Scheibe wieder weg und sukzessive bis zum letzten, bis zum vierten Kontakt wird also dann die Sonne nach zwei Minuten, 20 Sekunden ungefähr, wird sie wieder völlig zu sehen sein. Und Sie können sicher sein, alle, die die Sonnenfinsternisse beobachtet haben, werden dann sehr erleichtert sein, dass dieser lebensspendende Stern wieder auftaucht. Die Erforschung von Sonnenfinsternissen, wie ich schon sagte, hatte also nicht nur diesen rein emotionalen Charakter. Sehr viele Leute, die Sonnenfinsternisse beobachtet haben, auch Wissenschaftler, sind völlig erschüttert darüber. Das ist eine der gigantischsten himmlischen Schauspiele, die uns die Natur überhaupt anbieten kann. Wenn die Sonne sich verfinstert, dann hat man für einen Moment, so haben mir Kollegen erzählt, die solche totalen Sonnenfinsternisse schon auf der Welt beobachtet haben, dann hat man für einen Moment das Gefühl, jemand schneidet einem die Luft ab. Weil es wird einem klar, wie eng wir eigentlich, wie eng unser Leben damit verzahnt ist, was dieser Stern, der 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, was eigentlich für uns bedeutet. In dem Moment, wo die Sonne sich verfinstert und damit natürlich weniger Licht auf die Erde kommt, also man erlebt typischerweise eine Dunkelheit, die so, na, sie wird so ungefähr sein wie eine halbe Stunde nach der Abenddämmerung. Also wenn die Sonne untergegangen ist, eine halbe Stunde danach, aber immer noch tausendmal heller als eine Vollmondnacht. In diesem Moment erlebt man zum Beispiel das Windelosgehen. Dadurch, dass die Gebiete, über die die Totalitätsschatten laufen, also der Mondschatten läuft, wird es natürlich kälter. Wir kriegen weniger Strahlung. Und dadurch, dass es kälter wird, versuchen die äußeren Luftmassen in diesem Bereich der niedrigeren Temperatur einzudringen. Und dieser Wind, der dann bläst, der hat einen ganz merkwürdigen Effekt, denn dadurch, dass diese Säule praktisch abgekühlt ist, bewegt sich die Luft von unten nach oben. Oben ist sie heißer, verkühlt sich ab. Und diese Rollbewegung, diese Konvektionsbewegung führen nun dazu, dass die Luft ihre Brechungseigenschaften für Licht verändert. Und zwar ganz schnell. Es gibt also sogenannte springende Schatten. Nicht nur, dass diese riesige schwarze Säule mit einem Affenzahn, nämlich mit 1600 Kilometer pro Stunde, auf uns zuschießt. Wir werden, wenn wir ein sauberes Wetter haben, das heißt einen klaren Himmel haben, dann werden wir das Gefühl haben, dass eine große schwarze Säule kommt. Ungefähr 15 Sekunden bevor die Totalität da ist, bevor also die Scheibe völlig zugedeckt ist, wird eine schwarze Säule über uns hinüberschießen. Dann werden diese Springschatten auftauchen und es wird zwei Minuten dauern, die der Mond braucht, um über die Sonnenscheibe zu laufen. Es gibt Völker auf der Welt und in der Geschichte, die fingen an sich zu geißeln. Die haben sich gegenseitig totgeschlagen, weil sie gedacht haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hat uns jemand unseren Lebensspender erzürnt. Man hatte überhaupt keine Ahnung davon, was dahinter steckt. Man wusste nichts von den himmelsmechanischen Vorgängen. Und deswegen hat man sich gegenseitig bezichtigt, der Sonnengott würde sich verfinstern. Es gab, wie ich schon sagte, es gab Schlachten, die wurden abgebrochen in dem Moment, wo die Sonne sich verfinsterte. Es gab eine Schlacht zwischen den Lydiern und den Persern, 520 vor Christus ungefähr, während des Schlachtablauf. Sie schlugen also gerade mit den Keulen und mit den Schwertern auf sich ein, verfinsterte sich die Sonne und beide Parteien rasten davon, weil sie gedacht haben, um Gottes Willen, wir haben die Götter erzürnt. Und das wollen wir natürlich auch nicht, denn jedem Menschen ist klar, dass sein Leben ganz wesentlich davon abhängig ist, wie dieses Ding da oben funktioniert. Und auch heute noch hat man im Wesentlichen ein ganz eigenartiges Gefühl dabei, wenn dieser Lebensstern dort oben sich verdunkelt. Und für die moderne Sonnenphysik ist es eben eine der wesentlichen Beobachtungsmomente, wenn die Corona von der Erde aus beobachtet werden kann. Die Corona, dieses heiße Plasma, was um die Sonne sich herum ansammelt und was im Prinzip nichts anderes darstellt als die äußeren Bereiche dieses Sterns. Die Corona ist der Verbinder der Sonne, der festen Sonne, die also an ihrer Oberfläche, an dieser festen Oberfläche aus der Photosphäre besteht, also dem Bereich, der sozusagen der letzte feste Rand darstellt. Der ist ungefähr so 300 Kilometer dick. Und über der Photosphäre, aus der sich nur so kleine Explosionen herausbewegen, da tritt also die Chromosphäre auf. Die Chromosphäre ist ebenfalls nicht sehr dünn, aber sie wird schon heißer. Und aus der Chromosphäre kommt dann nachher, kommen die großen Bewegungen der Corona. Und das, was Sie in der Corona sehen können, das sind eben die Bewegungen von Teilchen gewesen entlang der Feldlinien. Was Sie sehen in der Corona, das sind, das ist Streulicht von Elektronen. Und diese Elektronen können sich eben nicht frei bewegen, sondern laufen entlang der Feldlinie nach außen in die Gebiete offener Feldlinien rein und schießen dann diesen sehr, sehr starken Sonnenwind raus. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte für uns als Wissenschaftler, dass wir Phänomene, die man gar nicht direkt erkennen konnte am Anfang, als man die theoretisch beschrieb und sie dann wirklich auch direkt beobachten konnte in dem Moment, wo die entsprechenden Spektrografen gebaut waren. Und bei der Sonnenfinsternis ist es eben was ganz Besonderes, weil sie sich uns immer wieder, einige Male pro Jahrzehnt, anbietet dafür, als aktive Sonnenbeobachtung direkt die Phänomene zu erkennen, für die man ansonsten Satelliten und Sonden braucht. Die Frage danach, welche Auswirkungen eine Sonnenfinsternis hat, ist natürlich am Ende des ausgehenden 20. Jahrhunderts und dieses Jahrtausends, hat natürlich heute schon fast religiöse Bedeutung. Es gibt natürlich heute jetzt inzwischen ja auch Sekten, die behaupten, dass am Tag der Sonnenfinsternis die Welt untergehen wird. Und im Zusammenhang mit allen möglichen Erdbeben oder Lawinenkatastrophen, was auch immer, tauchen immer wieder die großen Prophezeiungen dafür auf, dass jetzt unbedingt diese Sonnenfinsternis sozusagen das Letzte ist, was uns die Natur noch anbieten wird. Und in der Minute danach, da würde also die Welt untergehen. Bis jetzt ist jede Sonnenfinsternis gut ausgegangen. Bis jetzt ist jedes Mal der Stern wieder vorgekommen. Offensichtlich weiß der Mond nichts davon, dass also kurz danach die Welt untergehen soll. Denn natürlich haben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Leute behauptet, wenn die Sonne sich verfinstert, dann haben wir hier sozusagen die Rechnung zu bezahlen für all das, was auf dieser Welt sich schon an Bösem und Schlechtem abgespielt hat. Aber nach wie vor ist es so, dass die Gestirne am Himmel sich völlig unbeeindruckt von dem, was hier auf der Erde passiert, ihren Weg weiterziehen. Die Karawane zieht sozusagen immer weiter. Der Mond wird weiterhin sich um die Erde drehen und wird allerdings in 600 Millionen Jahren sich so weit von der Erde entfernt haben, dass seine Scheibe nicht mehr groß genug ist, um die Sonne zu verfinstern. Das heißt, wir leben jetzt in einem Zustand, in einem Alter, in einer Ära der Erde, wo wir dieses wunderbare Schauspiel erkennen können. Nehmen Sie sich Zeit am 11. August, setzen Sie sich irgendwo hin, kaufen Sie sich eine Filterbrille, eine Sonnenbrille reicht nicht aus, lehnen Sie sich zurück, gucken sich das Schauspiel an und freuen Sie sich drauf, wenn die Sonne nach zweieinhalb Minuten wieder da ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017